Was geht ab liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead Island. So weiter geht's. Wo müssen wir hin Obo? Ich hab keinen Plan. Alter, irgendwann müssen wir doch mal da sein oder nicht? Wo ist der? Wo sind wir da? Wo, wo, wo? Ich muss was? Wiki zum zweiten Hebel. Okay. Okay. Ich hab was damit gerechnet. We are in a most sacred place. Here in this tomb you will find many of my ancestors. Fallen warriors. Great heroes. Come. Erschmerzen ist nun mal Kontrollpunkt, finde ich gut. Kontrollpunkt ist für mich immer wichtig. Ui. Wir sehen. Wir sehen. Nein! Was in der Hölle? Wir sind sehr schlecht. Bleib weg. Wir sehen. Wir sehen. Wir sehen. Wir sehen. Wir sehen. Wir sehen. besser weg. Wir sehen. Wieso haben wir jetzt diesen Ob gekillt? Wieso haben wir ihn getötet? Oh shit. Einer kommt, die nächste geht. Beziehungsweise einer geht, die nächste kommt. Um. 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 Ich muss gerade zugeben, ich bin in dieser Story jetzt komplett verwirrt. Muss ich voll zugeben. Halla, schau mal. Es gibt mehr von ihnen hier, als du denkst. Oh mein Gott, ich bin total verrückt. Hey, schau mal! Kiss auf, du Freak! Oh mein Gott, ich bin total vermelt. Auf jeden Fall ist kein portrayed Leonort. Bist du? Power-st으니까iert. Das wäre, was ich? Oh, nein,olasir! Jesus Alter, ich kann nichts machen, ich kann nichts machen, obwohl die Sicke dabei ist Ich kann nichts mochen, Alter Au Haben wir es irgendwann, Alter Ey, hier ist schon klar, dass ich eine Seele dabei habe oder so, ne? Ey, was ist hier los, Mann? Ist das eine Parade oder was? Alter, reicht das nicht Meine Güte, Alter, Leute, übertreibt es auch, ey Ey, man kann es auch übertreiben Er ist genug weiter, wa? Ich bin weg hier By the way, where the fuck is she? Ey, there's more of them Oh, ach, Leute, übertreibt es doch nicht Ey, übertreibt es auch, was ist der Hammer Aber auch was? Ey, lauf! Ey, Gott, willst du nicht laufen? Nein Oh, ey, das ist der Fall Wir haben es der Planck noch auf, Mann, Alter Ey, lauf doch! Ja, das ist nicht wahr, Alter krass das hier alles noch lauf 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 ich hab niemand einen Plan wo ich überhaupt hin muss ich hab keine Ausdauer wie man das Spiel auf Ausdauer trimmt ist der Hammer lauf 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 wo muss ich hin oh was ja da 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 abuta da 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 ja da n na na au Ich komme schon da runter. Ich habe keine Waffe, wie ich da runterkomme. Wie lange brauchst du denn dafür? Ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe. 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 Ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe. All right, all right, all right. Let's go, you ugly freak! That's crazy, it's just this fucking amazing, it's just this fucking amazing that they give you a puncher, you're 50 meters, it's just this fucking amazing. Is there a weapon that works on the other side? Holzbeil. 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 Das ist so bescheuert einfach. Oh mein Gott, liebe Leute, mal jemand folgen, Greg, würde ich sagen, oder? Ich muss jetzt mal kurz ein paar Waffen reparieren, das geht gerade gar nicht. Was ist das? So, liebe Leute, mal jemand folgen, wenn ich mich mal fürs Zuschauen bis zum nächsten Part von Dead Island, bis dahin, haut rein und tschüss.